Hallo allerseits! Ich bin hier auf den Spur 1 Tagen in Mellerichstadt und zwar auf der Modulanlage von der Modellbahn an Siegelburg. Und ich zeige jetzt den KLV 12 als Produktionsmuster. Ich muss hier in dem Video dazu schreiben, dass es Werbung ist, weil ich für Mominatur Newsletter mache und damit eben von der Firma auch Geld verdiene. Und deshalb muss ich jetzt hier einfach dazu sagen, dass es Werbung ist. Und dieser KLV 12 ist ein erstes Produktionsmuster, das jetzt hier in der fast endgültigen Form funktioniert. Es hat eine Frontbeleuchtung und ein Geräusch. Jetzt müssen wir schauen, mit der F0 ist die Frontbeleuchtung. Dann gibt es separat eine Rückbeleuchtung mit der F3. Und dann gibt es noch eine Innenbeleuchtung, damit man den Fahrer schön sieht. Das ist die F4. Dann können wir ihn mal hupen lassen und anfahren. Und dann schauen wir mal, wie flott er fährt. Ist das jetzt schon die Maximalgeschwindigkeit? Okay. Schauen wir mal, wie schnell er fährt. Das erste Mal auf einer großen Anlage, dass er hier wirklich mal fahren kann, eine größere Strecke, um mal zu sehen, wie es mit der Geschwindigkeit ist. Und jetzt schauen wir uns dann gleich den Hebe-Drehvorgang an. Jetzt muss ich hier noch dabei gehen, an dieser schönen Modulanlage. Und jetzt stellen wir dann den Motor ab. Jetzt muss der Motor abgestellt werden, dass wir auch den Hebe-Drehvorgang ziehen. Jetzt wird er hingehoben, gedreht. Dann wieder abgesenkt. Jetzt kann man wieder, wie beim Vorbild, den Motor anstellen und dann fahren wir wieder los. Und jetzt schauen wir uns einmal den Drehvorgang genau aus der Nähe an. Stellen wir den Motor ab. Und dann wird die Hebe-Drehe-Einrichtung gehoben. Wieder abgesenkt. Jetzt dreht die Dreh-Hebe-Einrichtung nochmal kurz zurück. Jetzt sind wir wieder in der Ausgangsposition. Jetzt kann man wieder, wie beim Vorbild, den Motor starten. Dann lassen wir nochmal ein Stück fahren. Das war's vom Produktionsmuster des KFA 12 von Mominatur. Ein erstens funktionstüchtiges, so wie es sein soll. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder vorbeischauen würden auf einem YouTube-Kanal. Servus! Ihr Peter Pernstinger.